Natürlich gibt es in Deutschland Armut, aber die hat nicht nur etwas mit mangelndem Geld zu tun. Als ich zum Beispiel noch studiert habe, hatte ich pro Monat so wenig Geld zur Verfügung, dass ich locker unterhalb der Armutsgrenze lag. Aber ich habe mich trotzdem nicht arm gefühlt, weil ich eine Perspektive hatte. Und wenn die fehlt, können Sie mit Geld relativ wenig ausrichten. Letzte Woche bin ich in der Gudrun durch die Fußgängerzone gelaufen, habe in einem Anflug von Mitleid einem Obdachlosen einen Fünfer in den Teller geworfen. Dreht sich die Gudrun zu dem um und sagt, aber nicht für Alkohol ausgeben. Ja, für was denn sonst? Für ein Sonderheft von schöner Wohnen oder was?